hallo und willkommen zu einer neuen folge von motorsport manager ja das letzte rennen konnten wir wieder gewinnen diesmal wieder mit norweg war das extrem im pech wir wollten reifen wechseln und mussten so gesehen auch die bremse reparieren sie kunden verloren dann werde er immerhin auf platz 56 hingekommen ohne reparatur wäre platz 2 gelandet aber es ging etwas schief deswegen die sieben sekunden und er hat also dadurch ungefähr 17 sekunden in der box verloren nur durch diesen missglückten boxenstopp und ja wenn man die abzieht ist weder fünf sekunden vielleicht sechs sekunden hinter norweg und das wäre halt platz 2 ist halt schade für die teamwertung aber trotzdem genügend vorsprung was das angeht aber wir müssen auch definitiv jetzt die bremse langsamer reparieren auf vordermann bringen mit dir damit die man nicht reparieren weil für die ersten für den ersten job ist ja in ordnung die zu reparieren aber ich dachte sie hält halt und von daher ist auch ein körper als hätte vielleicht im ersten shop schon machen lassen sollen ja ist nicht schlecht angebot aber wir warten noch so wir schauen mal die motoren sind 13 rennen vorher auf 100 prozent dann geht es ein bisschen auf die bremse und dann sollte das getriebe auch bald irgendwann so fertig sein ich nehme an bei der versammlung nächste woche reden sachen mainland um nie wurst wie stehen sie dazu ich habe mich noch nicht entschieden es ist schwer zu sagen wer aus dieser regelung vorzahl zieht so ist es ist das stimmt singapur zu mailand das wäre nicht schlecht also mein land mag ich mehr singapur dann ungetätete startfelder zum fahrer ist interessant und kein qualifier mehr echt verbot von verhilfen ich habe gerade verhilfen und nutzung von virtuellen und echten sektiker eigentlich ziemlich interessante regeländerungen die reinkommen sind sollen abwarten erst mal perfekt wenn ihr bei 99 prozent stopp nehme ich jetzt danke so jetzt gehen nämlich voll auf die bremse die müssen wir langsam mal in den griff bekommen so und jetzt müssen wir uns entscheiden dritter werden für eine million dritter werden wir das warum soll das angebot besser sein als das angebot da die 1,3 million mit dritter werden ja okay hat 500.000 eine million das sind fünf rennen das sind sechs rennen der hat hier muss man hat hier eine halbe million mehr man schafft das fünf mal dann hat man hier gerade mal 500.000 mehr also die nehmen beide nehmen sich gar nichts deswegen 1,5 million danke sehr schon merkt manchmal so die gt challenger fährt ihr drittes rennen gerade mal jetzt in münchen die zau gewinnt muss ballack da ballack auf platz fünf so getriebe ist fertig wir können was bauen das nennt sich nichts bremsen fünf tage länger schaffen wir nicht dann zurück dann geht es auf den spoiler minus drei tage also spoiler ist vorbei da können wir nur was bauen für nächste saison das ist eine eine für nächste saison schon so wie gesagt jetzt die bremsen auf vordermann bringen abstimmung haben jetzt sehr viel zu tun bevor wir auf dahin reißen können ich bin ich enthalte mich und es wird abgelehnt ja es wäre schön mal anzufahren aber wenn man nicht mal anfangen als singapur so pause so weil dann können wir jetzt nämlich noch die andere bremse damit rein packen ein bisschen dann haben wir nämlich bremse problem weniger danach geht es aus aufs getriebe und dann auf den spoiler und auf die aufhängen alles dauert ein bisschen noch mann ist ja fertig entwicklung nächstes getriebe fünf tage und kann sein dass wir im nächsten nächstes mal kann nichts bauen können aber naja ich nehme mir fünf tage zeit für zehn punkte so bremse wir können endlich einbauen machen damit einen schub nach oben auf platz drei ich glaube wir waren schon dritter ich bin sogar fünfter merkwürdig aber na gut so wie war so natürlich ja genau warum sollte ich jetzt versuchen erster zu werden wenn ich für den platz drei gleichen preis bekomme das wäre ziemlich und stark rennen regen und nicht mal ein leichter regen also wir haben zweimal ineinander regen dafür im qualifying aber keine regen deswegen ist es wieder interessant und dann sind wir wirklich das maß der dinge in dieser saison drei siege drei mal qualifying also treibt mal pole position und dreimal sie geholt zwar unterschiedlich fahrer einmal norbeck einmal zwei mal norbeck einmal wagers auf der pole stand einmal norbeck und zweimal wagers also von daher bin ich gespannt ob das so weitergehen kann so münchen müsste ich eigentlich auch ein setup haben eigentlich bin mir nicht sicher habe ich so langsam habe ich auch die ganzen setups hier abgespeichert was hast du denn hier ok wir lassen das mal letzte saison war das setup auch ok weil ich kann ja das setup vom äh formelsport kann ich ja hier nicht einbringen deswegen wundert mich das gerade ein bisschen so 6 liter sprit und ja und raus gibt mal ein bisschen mehr dampf aber die anderen entwickeln ich weiß dass die anderen auch entwickeln aber scheinbar entwickeln die nicht so schnell wie wir heute die aufhängen bisschen engen kurven ja das sehen wir dann wenn du gefahren bist ja das fehlt wirklich ein bisschen das habe ich mal mitbekommen man hört ja für so ein rauschen dass die sagen was labern auch wirklich eine sprachausgabe wäre echt geil gewesen so dass drei leute nimmst die was immer was einsprechen das wäre ja zumindest etwas gewesen also hast du jetzt immer nur ein rauschen hast ein texter ich habe mich dann gewöhnt ja ich habe aber das wäre lustig gewesen und schön gewesen wenn es halt normal gewesen man hätte auch nicht vielleicht mal verstehen dass also der text wäre auch gut gewesen wenn er auch drin gewesen wäre und dann hat noch das gerede von denen so ok aufhängen ist noch nicht so gut da müssen wir noch was dann ist dran arbeiten und zwar genauso könnte jetzt alles schon perfekt werden so auf soft reifen gehst raus am fahrer in die box was auch nicht so gut ach er will wäre alles klar er will etwas härteres auto und mehr beschleunigung so passt das einigermaßen und du gehst auf die soft reifen man soll ja so wir schauen mal die kommen sind wunderbar ausbalanciert ja ich habe auch so viel geändert die lenkung fühlt sich besser an nämlich mechaniker wenn wir ausprobiert jetzt beide kommen die linie können weiter noch eine runde fahren drehvorlauf zweiter und das ist einfach eine halbe sekunde auf dem kollegen also fahrer ist gar nicht so schlecht eigentlich am fahren aber der fährt halt darf halt nicht fahren weil er sich halt nicht so entwickeln kann so wir haben ein trockenes qualifying wir haben ein motor den wir auf leistung drin können wir haben eine bremse wo wir ein bisschen leistung rausholen dann haben wir ein auto was durchfahren kann ich versuche natürlich die mittleren reifen durchziehen ich weiß zwar dass es gegnet toll so wie war das so angefahrenes auf drei dein setup ist auch okay auch die angefangenes auf drei probieren wir das damit regnen soll es nicht das heißt wir können ein bisschen in der box warten nicht chillen wer macht sich gerne als rennfahrer ich glaube es für manche eine richtige quali manchmal wenn man warten muss man will unbedingt fahren darf nicht fahren und raus problem ist wenn sie es jetzt nicht schaffen letzte saison war es so dass ich mal am anfang noch um 1 raus geflogen bin jetzt komplett anders ich bin gespannt die ersten zeiten kommen jetzt 1 36 9 1 36 1 40 1 7 wenn ihr hier 1 40 fährte kommt die geht bitte in die gt-challender serie jetzt achten was mit morris los letzte saison letztes rennen so ein richtig starkes rennen gelegt und jetzt mal nicht so schön vom abstand her was denn da passiert haben die updates gemacht kann man mal sagen warum wolfhagen erster ist 8 und 11 da sind hier also man von der ist die also bis platz zwölf ist alles innerhalb von einer halben sekunde was ist hier passiert und dann gehen aber die zeit in extremheit auseinander es ist richtig merkwürdig klar wir könnten vielleicht noch mal schaffen rauszufahren aber müssen wir es ich glaube nicht ich riskiere es mal also zwei stück sind in der box das heißt damit zwar zweimal einen kleinen puffer aber dass da oben in wolfhagen rumdümpelt ist echt merkwürdig so da haben wir eigentlich alle puffer die haben sich auf einmal reifensatz bitte sparen wolfhagen geil so folgt wie die eigentlich voll weil sie zu co1 gewesen vermutlich fällt sind q2 wieder raus oder sie ist extrem stark in münchen und kann sogar mit einem nicht rennen auto hier teilnehmen und wird noch relativ weit vorne stehen so wir warten ich riskiere raus medium medium raus leute raus 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 da kommt nämlich der regen ich gehe zwar jetzt voll auf risiko mit dem mediums das wird vielleicht nicht schaffen aber es soll doch gar nicht regnen aber wieder ein qualifiering wo es regnet ich dachte jetzt haben wir endlich mal ein regen qualifiering wo es nicht regnet aber nein jedes wochenende regnet hier in den qualifikationen und faszinierend denn weil diese saison ist echt so ein richtiges regen saison ding kimmert keine softreifen das ist der ist selber schuld wenn man schon im training fünf reifen darf nur vier reifen hat und davon drei verwendet ja die zeiten sehen okay aus dafür dass wir die medium reifen fahren da kommt der regen noch glück gehabt noch richtig glück im wetter gehabt und es regnet durch das heißt jetzt alle die jetzt später kommen hat man was norbeck angeht er hat der richtige probleme umso später sie kommen umso mehr glück haben wir und ist wieder ein spartan raus haben wir glück das wagen so eine mega zeitwerter und klasse und ein wolfhagen in q3 zahlen mit dem intermedien draußen womit intermedien sich qualifizieren können die ruhig versuchen leute das wird nicht funktionieren das wird sowas war nicht funktionieren aber wenn sie meinen dann können sie es gerne probieren vielleicht gibt es eine kleine überraschung aber ehrlich aber beide mit medium qualifiziert kann glücksgriff sein kann aber jetzt so gesehen wenn es regnet ist es halt so dass wir dann wir können jetzt wieso in q3 versuchen jetzt noch ganz nach vorn zu kommen dann haben wir halt medium reifensatz verschwendet aber wenn es halt etwas später es regnet intermedien ich bin die clevere variante und war auch mit der medien zwar auch hier benutzt die tisch dieses setup wir probieren hinter medien schreiben der könnte der zumindest für den ersten versuch der bessere reifen sein er wird vermutlich jetzt kaputt gehen und ende in der ersten einführungsrunde aber ich weiß nicht so ganz er könnte sogar vielleicht da schon zu spät sein das ist auch auf die trocken greifen raus ok ganz am ende wird es doch vielleicht kriegen sie aber noch mal weiß die entscheidung fällt wirklich definitiv in diesem in der letzten sekunde alle gleich noch mal rausfahren so die dümpeln jetzt hier mit einer gewissen langsamen geschwindigkeit über die strecke und wir gleich auch also gut dass wir momentan an die bestseite fahren ist klar wir kommen mit dem reifen trotzdem besser klar als jetzt die leute die mit trockenreifen fahren und wieder war das entweder lag wirklich in norweg sind die besser oder ich weiß warum der auch immer so stark weil der motor ist immer noch der gleiche jetzt doch extrem schnell ab und dann wird es trocken da geht es nämlich nicht eingemacht das team als letztes raus fährt der pokert sich vielleicht oder wenn wir hinter mir jetzt raus auf wo man gerade mit dem was haben muss oh gott oh gott oh gott das wird eng wir haben noch extrem viele soft reifen merke ich gerade warum haben wir so viele extreme soft reifen wir sind extrem spät dabei war ganz hat die besten streckenverhältnisse für den letzten showdown kann aber auch sein dass norweg da besser klar kommt jetzt ist immer schwierig zu sagen so ist klar wir werden jetzt mal die führung verlieren floridi glaub ich selber schuld wer versucht im trockenen intermeditz zu fahren soll sich bei einem gewissen team aus italien bewerben ja auch beide momentan auf spitzen kurs frage wer wer wird es nur es ist wargas start 31 für oberhof okay Vielen Dank.